Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu Arma 3 Altes Live. Ich war gerade eben am Drogendealer und musste feststellen, der Drogendealer Typ ist irgendwie weg, keine Ahnung warum. Ja, wir haben jetzt auch gerade noch einen weiteren Koten, der gerade online gekommen ist, bzw. der ist zwar noch nicht gewhitelistet, darf aber ausnahmsweise mal in den Public Slot rein. Das ist der Ice Guilds und ja, der wird jetzt auch unter Classics Fittichen sein. Und bin mal gespannt, wie der sich so anstellen wird. Ich hoffe mal, dass wir zwei passable Rekruten jetzt haben, die wir dann schön ausbilden können, dass wir dann auch vernünftige Polizisten haben. Weil zur Zeit sind wir eigentlich aktuell, glaube ich, drei oder vier aktive Polizisten. Der Rest ist eher AFK, äh nicht AFK, eher, ja, selten da, sagen wir es mal so. Und ja, da braucht man natürlich auch ein paar mehr aktive Polizisten, wenn dann viel los ist. Weil in der letzten Zeit wird der Server doch öfters mal wieder was voller und ich hoffe, das geht auch so weiter. Und ja, ich werde jetzt erstmal zum Flughafen fahren und dann werde ich mir erstmal einen Heli holen, um mal die anderen Drogendealer abzufliegen. Ja, ich mache mich auch gerade mal um den Weg zum Flughafen, um mal einen Heli holen, dann pflege ich die Drogendealer mal ab. Der eine Drogendealer ist ja komischerweise weg. Ich weiß nicht, wo der hinten ist. Also, Der ist eingezeichnet, aber er steht nicht da. Wie der Publix-Cloud ist weg. Wie der Publix-Cloud ist weg. Ein Publix-Cloud mehr da. Echt? Hat den Jonas jetzt ganz rausgenommen? Ja. Ja, das ist gerade ein bisschen scheiße. Ja. Sonst haben wir immer gesagt, scheiß Publix-Cloud weg damit, jetzt wo wir ihn mal brauchen, ne. Scheiße. Mal nach, ob der Jonas online ist. Ja, ich würde ihn ja gerne whitelisten, aber ich habe da noch das Passwort noch nix für. Also, es müsste echt mal noch ein zweiter sein, der auch whitelisten kann, halt mit Damen machen und so. Ja, wenn nur Jonas das macht und fast den ganzen Tag weg ist, dann... Ja, klar. Ich weiß gar nicht, wer das alles weitlisten kann. Kann der Joe Hart weitlisten? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Eigentlich nur Jonas. Ach ja. Das ist doof gelaufen. Ja, aber wie gesagt, du hast schon mal die gute Nachricht. Du bist schon mal aufgenommen. Hat dich schon mal freuen. Das ist schon mal gut. 3, rally up! Du hast ja wahrscheinlich eh noch eher wenig Knete bisher, ne. Ähm. Es geht, sage ich mal. Warte mal. Guck mal. Kann man... Ah, geht immer noch nicht. Ja, 100.000. Scheiße, mein Menü spackt immer noch rum. Äh, scheiße. Aber ich muss mir meine Lizenzen auch wieder kaufen. Die sind ja, äh, verloren gegangen. Naja, stimmt. Ja, waren ja ein paar Leute um den Server und derzeit ist irgendwas... Mhm. Das Geld hast du ja auch eigentlich wieder erstatt bekommen von Joe halt. Ja, ja, habe ich. Ich nicht. Ah, ich hatte Glück. Ich habe nur meinen Autoführerschein verloren. Ich habe nur 300.000 gesagt. Ich hätte aber eigentlich mehr sagen sollen. Selbst Delz hat der... Der hat eigentlich auch nur 300.000 gefehlt. Ja, hast du dem denn gesagt, dass du etwas verloren hast? Ich habe Dennis gesagt, ich habe meine Haus-Owner verloren. Autoführerschein, drei Drogen-Lizenz oder zwei Drogen-Lizenz. Ah. Ja. Drogen-Lizenz musste ich mir noch... Okay. Also rund 5 Millionen weg gewesen heute. Oh. Das ist schlecht. So. Ach, jetzt sagt der Fuzzi schon wieder sammeln, naja. Also mein Gott, also ist zwar ärgerlich, weil ich habe zwar Geld, aber nicht... ...und so viel. Mhm. Ich habe auch nur 600.000. Das Schlimmste. Ich bin vorher noch mit meinem Heli abgestört. Weil wenn es von euch keine Online ist, kommen die alle immer zu mir und ich... ...soll ihm immer Geld geben, wenn irgendwas ist. Denn... ...bin ich manchmal so großzügig... ...was, aber keiner gibt es mir von... Oh, ich glaube ich muss mir eine neue Hellcat kaufen. Die habe ich ja beim letzten Mal geschrottet. Ja, ich habe ja gar nicht gleich geschrottet. Soll der Jonas... Soll Jonas mir mal ein bisschen Edmund Geld hier geben? Ach, im Notfall fahren wir mal ein bisschen zusammen und dann kriegst du meine Knete dazu. Ah, die will ich ja. Ich glaube, ja. Beim Tempest-Grade geht das richtig flott. Ich glaube, der ist sicher auch mehr als ich. Ich glaube, der ist sicher auch mehr als ich. Man kriegt für... Man kriegt für Diamanten nur noch 800.000. Was? Wieso das denn? Wieso das denn? Warum das denn? Keine Ahnung. Ich habe heute Diamanten gefarmt. Keiner hat Diamanten gefarmt, außer ich. Okay. Äh, ja. Du musst doch das Marktsystem beobachten, ne? Ja, klar. Es war um 3.000. Es hat doch gar kein einziger Drogen gefarmt gehabt. Äh, gar kein einziger Diamanten gefarmt. Also, Kokain hat anscheinend gerade jemand gefarmt. Dann fliege ich nämlich mal nach da unten zum Drogenleer. So, ich habe wirklich geblieben, ey. So, ich habe heute ja vielleicht völlig reintag gehabt. Warten. Weil wir jetzt in den Fernkitzeln abgezogen haben. Hä? Ich glaube, du musst das vielleicht auch mal gefarmten. Sag mal so, im Grunde können wir dann auch später mal zusammenfarben, dass ihr ein bisschen Knete wieder habt. So, ich wollte mal aufs Garten. Warte mal aufs Garten. Ich glaube, das ist sicher auch mal gefarmt. Ich habe eine ganze Weile lang, habe ich immer Diamanten gefarmt. Da habe ich dann immer mit so einer Ladung über eine Million rausgeholt. Äh, 1,5 Millionen so lange. Äh. Ja, und dann habe ich öfters, nachdem der Jonas Marihuana angehoben hat, bin ich dann immer Marihuanafarmen gegangen. Weil das halt eine kurze Strecke ist. Entweder machst du das mit dem LKW, aber das ist ein bisschen ungünstig, weil du da über die Berge musst. Aber wenn du einfach mit dem Mohawk zweimal fliegst, hast du die Knete quasi direkt schon raus. Was du bekriegt hättest mit dem Ding, mit dem LKW. Also ich habe bis jetzt am Anfang nur Kupfer gemacht, dann Salz und dann fahre ich mit Kupfer E. Salz habe ich glaube ich auf dem Server gar nicht gemacht, das war mir zu langweilig. Ich habe direkt mit Diamanten und dann direkt Drogen. Deford macht auf anderen Servern lieber Öl und verkackt es dann zwei, drei Mal. Äh, das mache ich nie wieder, ey. So ein Bullshit, ey. Server restart. Äh, da habe ich mich echt verarscht gefühlt. Ich war gerade beim Verarbeiter. Wo ist denn das Marihuanafarmen? Wenn ich dabei gewesen wäre, wo der Typ sich überfallen hätte, ich hätte den so niedergeballert, Alter. Ja, ich hatte ja leider keine Knarre dabei. Ich habe schon überlegt, den ersten Tag mal rauszukommen um den Schiff. Er hat den echt wieder geballert. Tja. Ich fand aber ganz lustig, wie ich es geschafft habe, den Geländewagen auf das Dach zu legen. Alter, wie er da so laden kann. Und der ist nicht explodiert. Ja. Also ich habe mal mit dem Geländewagen abgeschickt, aber noch ein Kürbel gefahren, mal ein Platz mit noch zwei Reifen. Ja, Spiel, dann tut es mir leid, gerade. Ja. Ja, da kann man nichts machen. Wo kommt der, äh, in die Leute? Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Ja, fast gleich. Was? Ich denke mal, Jonas kommt nochmal wieder, oder? Denk ich hängig auch. Ich glaube, der wollte nachher eh noch DayZ irgendwie was machen. Da kommt der bestimmt auch mal kurz den Hama rein, oder? Beziehungsweise Admin-Menü muss der ja nicht unbedingt im Spiel sein für... Und Wilford, bloß nachher auf ne Runde Play zu play? Was? Habst du Lust nachher aufzunehmen? Ja, da bin ich dabei. Ich bin schon dabei. Jetzt gerade. Ja, klar. Soll ich für den Verarsch einfach. Ja. Jetzt war Sali so noch, ne? Kannst du? Heilsam? Kannst du vielleicht mal dein YouTube-Bene schicken? Natürlich. Ich gebe extra Abos, damit mehr Leute es angucken. Ah, der Sidi hat also gerade Drogen gefarmt. Hm, interessant. Vicky? Kann waschen. So. Boah. Also doch noch ein zweiter in das Kartell von... Der Gag von Blacky. Mhm. Äh, Ghosty, ne? Ja. Was? Was? Wo? Da Sidi. Ich find lustig, Dani immer. Freddy, ne? So. Wo könnte der denn hingeflogen sein? Welche Drogen sind denn jetzt gerade gut? Coca ist scheiße. Muss gucken bei dir, die gefallen sind. Ja, Kokain hat der gerade gefarmt. Deshalb bin ich ja hier unten gerade. Heroin über 8.895. Naja, das ist die Frage. Macht der jetzt Hero oder macht der Marihuana? Kokain... Ja, Kokain würde ich aber glaube ich nicht machen. Ne, der ist ja viel zu weit gefallen. Der hat ja eben wahrscheinlich Coca gemacht. Weil ich denke mal, der war hier unten, wo ich jetzt gerade bin. An dem Drogendealer. Ich denke mal, da hat der nämlich eben verkauft. Also ich glaube, der macht Heroin oder Marihuana. Also letztes Mal haben sie... Letztes Mal haben sie Blacky hochgenommen. Ähm, wollen wir mal ne Runde... Auch mal ne Runde gucken? Ja, probier aus. Okay, probier aus. Wir rücken mal ab vom Backland. Ja. Äh, wo... Wo wollt ihr denn hin? So. Hä? Ja? Ja. Ja. Ach, wie ist sie hier ein Heli? Ich glaube mal zum Heroin fällt. Ähm... Wir kriegen was im Heli. Wollen wir mal gucken, was der andere geht. Dein gute Blacky! Ja. Oh, oh, oh. Da haben sie letztes Maschulambusch. Hallo, erst mal zum Markhof. Ähm, hast du einen Feldlinger nicht gekommen? Ach so, ein Feldlinger. Jetzt will der auch noch vor mir wegfliegen. Der macht ja Sachen. Ach, hier ist noch ein Mohawk! Die sind hier mit zwei Mohawks! Du fliegst ja die ganze... Eskort, hier die dann... Ach, fliegt... Zwei Propeller. Ja. Ja, fliegt... Ganz flach! Meinst du? Geilfurt oder mich? Ja, Geilfurt. Äh, ich hab einen Hunter. Ghostie ist auch hier! Ja, ich hab mich dran zu fliegst. Blacky und Ghostie sind hier. Äh, bist du mit Hunter da? Ich bin mit der Hellcat hier. Das mit was da? Mit Mohawks. Und mal einladen. Dann gehen wir zu den Tuch und machen mal die Heke in. Und mir gefällt dir so der Wach-Skill. Ganz nah ist eigentlich, das ist mal was anderes, also das nicht immer ein Kavala ist als ein Fett. Die wollen mich wirklich abhängen. Wenn die Truhe geschlagen haben wären, ne? Ja. Würfe ich das denn machen? Kannst du machen. Komm. Ich komme mit der Hellcat nicht hinterher, ey. Ist der Ghost Hawk schneller? Jo. Ghost Hawk? Nee, in der Ghost Hawk glaube ich nicht. Oder? Ach, keine Ahnung. Ja, die kommt für mich schnell fliegt die Hellcat 230. Ich glaube schon. Alter, jetzt sehe ich die beiden noch nicht mal mehr. Ich sehe hier einen. Ja, mich. Nein. Der fliegt Richtung, ähm. Richtung, Richtung Indoor. Ich glaube, ich bin hinter Black. Ja, ich habe denen auch schon geschrieben, dass sie beide sofort anhalten sollen, aber sie sind einfach weitergeflogen. Man sieht die gar nicht mehr. Also, ich sehe Black, die Daumenstörungen. Wo denn? Einfach geradeaus. Warte. Warte. Ich habe kurz nicht weit rumgeschaltet. Der fliegt weiter rechts über was. Richtung Türvers. Wo? Ja, jetzt gehen wir vor uns. Bisschen links. Ich bin links von euch, ne? Ja, hab ich gesehen. Jetzt fliegt er genau vor uns gerade aus. Ah, ich glaube der fliegt nach links weg. Leider fliegt nach links weg. Leider fliegt nach links weg. Leider fliegt nach links weg. Irgendwann, dann müsste er ja zu dir kommen. Hm. Ich sehe ihn aber leider gar nicht. Der fliegt weiter vor uns weg. Das scheiße, das hat Radar weg. Also nicht mehr so funktioniert. Ja, ja. Warum? Ja, seit dem letzten Update. Ihr seht ihn ja auch nicht aufs Radar. Guck wie es denn jetzt ist. Fast über uns. Ja, genau vor uns. Ja, genau vor uns. Über der Hegel. Bisschen links. Alter, wo fliegen die hin, verdammt? Ja, keine Ahnung. Alter, die fliegen bestimmt zu dem anderen Drogendealer. Weil ich bin ja gerade zum Drogendealer geflogen. Weil ich bin direkt zum Drogendealer eben geflogen zu dem anderen. Hab danach geguckt, wer Drogen gefarmt hat. Hab ja gesehen, dass sie die. Und als ich gestartet bin, kamen die nämlich gerade an. Ja, einfach gar nicht. Boah, jetzt sehe ich drauf. War jetzt besser. Und als ich jetzt dunkler wurde, hab dann regnet. Ich glaube, wie durch. Alter, wir wollen nicht hin. Unter uns wären die Profiler. Ja, aber ich glaube, der fliegt ja nicht hier weiter. Voll. Ah, jetzt langsam verschwindet der Profil. Ne, hier ist auch keiner. Der ist jetzt passend an der Seite zu fliegen. Der ist passend an der Seite zu fliegen. Der ist passend an der Seite zu fliegen. Weil ich gehe vor. Ich bin sehr schneller als wir. Ach, doch mal schnell, wie kommt er hier? Ich sollte vielleicht ein bisschen höher fliegen. Damit kann ich auch ein bisschen mal den Heli hineigen. Der hat ein bisschen gelaggt. Der ist auch nicht so über der Seite zu fliegen. Also wir fliegen knapp zu an die 300. Also ich fliege so im Schnitt 260, 270. Ja. Ich glaube, der leckt gerade. Guckt rechts. Nee, der geht runter. Rechts, rechts, rechts. Ich fliege noch. Er geht runter, glaube ich. Ja, ja. Das will jetzt so tun als wenn der Schnitt war. Guckt hier oben, unten steht auch noch der andere. Wir wollen jetzt so tun als wenn der Schnitt war. Hier vorne, komm mal zur Schnitt, mich nach. Ja, bin schon fast da. Lassen wir auch. Also der Weck, genau. Der andere ist schon da. Oh, ich hasse es, wenn die Kamera so gut kommen hätte. Wer ist denn da? Der ist da. Der ist da. Also Delft. Ach der Weg! Ach der Weg! Mein Name ist Peter, guten Tag. Hallo Peter, du bist dich? Du! Äh, Nico? Ich habe eine gute Nachricht. Ich habe eine schlechte Nachricht. Nein, nur eine gute Nachricht. Dann hau die Gute raus. Ich bin in der Sieg volle Glück mit Mausen und 60 Schuss. Jetzt die gute Gute. War die Gute? Tschönen guten Tag. Nein, der Kratzer ist Kops, oder? Ja. Ja. Dann verschwinde ich mal ganz schön aus eurem Channel, weil ich... Nein, komm mit. 0 I-Cop könnte aber noch kommen. Aber ich habe gerade ein bisschen Bock. Ich muss Ihnen gerade meinen Waffenvorrat aufstocken. Das heißt, ich fliege eh nur vom... Hast du doch jetzt das schon? Ja, das ist nur noch ein Handiknall vorher. Also wenn ich, ich fliege noch eine Waffe vor, dann komme ich zu euch. Ja. Bis später. Möchten Sie nicht Ihren Kollegen Blacky landen? Er möchte doch bitte landen. Äh, nicht laden, landen. Äh, ich weiß schon, dass er landen soll, aber er möchte nicht landen. Sollte ich Ihnen das mal schreiben? Vielleicht möchte er eine Nachricht von uns haben. Er hat schon eine Nachricht bekommen, dass er landen soll, aber er will nicht landen. Weil er ist kein Grund darauf. Ich bin jetzt Undercover-Spieler am Marktplatz. Mach das mal. Ich schreiben kann er nicht, weil sein Handy leer ist, soll ich Ihnen sagen. Und ich kann jetzt auch nicht mehr mit ihm schreiben, weil sein Handy leer ist. Ach so? Ja, besser ein. Wilford... Wilford, du sagst, Sie müssen verdienen. Aber er möchte doch die... Ah, der riecht doch die ganze Waffe auf uns, ne? Ja, ich ziehe ihm auch gerade um schnell rein. Wir haben die Brüche da, wenn wir das nicht sein. Wilford, klären Sie mal. Also, wir könnten ihn auch gewaltsam runterholen. Das haben wir aber eigentlich nicht vor. Jetzt kommt Geil vor. Soll ich einfach mal Ratschluss machen? Leben und Leben lassen Sie eigentlich immer. Ja, wir können auch so lange warten, bis bei dem Heli der Sprit ausgeht. Aber ich glaube, dann wären wir fast an Ostern schon dran. Möchte er sich einen runterholen? Oder möchte er mich runterholen? Ja, das finden Sie. Ey, der dreht ab, der dreht ab. Nimm mal, nimm mal den CD, äh, fest. Der hat ja, äh, Drogen gefarmt eben. Was machst du? Ich verfolge Blacky. Nö, wir verfolgen Blacky. Du bleibst hier. Nein. Ah, der hat schneller Heli, ne? Ja, wir haben schnelleren Heli. Ja, wir werden jetzt fest. Ja, mach. Hallo, kann ich auch nochmal aussteigen? Ähm, Herr Civi? Nö, klar. Wir stehen auf der Schwanze, stehen auf der Farme, woher sie nicht haben. Drogen haben, oder weißt du Drogen verkauft oder? Ich suche mal, bitte seinen Lekopter. Ja. Das Problem ist, dass man nicht sieht, wo er jetzt gerade ist. Das Problem ist, dass man nicht sieht, dass man nicht sieht, dass man nicht sieht. Liebe Leute, ich würde sagen, das war es erstmal für dieses Mal. Ob wir da jemanden treffen an Drogenlieder, das sehen wir beim nächsten Mal.